Oh, ihr seid ja schon da. Ihr seht es, ich habe das Smartphone in der Hand und den Kopf nach unten gesenkt. Und gerade in der Winterzeit sieht man das sehr, sehr häufig, wenn dann das Gesicht so beleuchtet ist an der Ampel oder auch während der Fahrt. Man guckt in ein anderes Fahrzeug, egal welche Tageszeit. Oftmals siehst du, dass das hier passiert. Die Leute fahren so oder manche. Letztens hatte ich einen auf der Autobahn im anderen Auto und der hing da wirklich so. Also unfassbar, wie Menschen am Steuer mit dem Handy sind, weil das ist so eine Ablenkung. Das ist so unfassbar. Oder auch den hier dann, verhängen sie da, habe ich noch nie verstanden. Der Hörer ist hier oben, aber WhatsApp Nachrichten und ähnliches hören sich viele Leute immer so an, weil die nicht gerafft haben, dass das auch so funktioniert. Ich weiß es nicht. Also wirklich unfassbar. Und ich spreche mich ganz klar für heftige, wirklich nochmal ganz strenge Strafen aus, wer das Handy am Steuer benutzt. Ein Jahr Führerschein weg. Punkt. Auch ohne Gefährdung und ähnliches. Aus Prinzip. Ein Jahr weg davon. Von der Straße als Gefahr. Auf der Straße haben diese Menschen nichts zu suchen. Da habe ich eine ganz klare Meinung zu, wie ihr hört. Nichtsdestotrotz, dass unser Staat sich wieder mal über geltendes Recht hinweg setzt, ist eine bodenlose Frechheit. Wir sehen das hier bei der netzpolitik.org-Seite. Die Innenministerkonferenz. Polizei setzt ohne Rechtsgrundlage Handyblitze ein, die allen ins Auto filmen und das auswerten. Leute, du kannst es dir nicht mehr ausdenken, in welchen 1984 wir hier mittlerweile angekommen sind, was hier passiert. Die sogenannten Handyblitzer werden genutzt. Heißt, wir sehen jetzt hier so eine Spezialkamera, die filmt von oben, ganz krass, ins Auto rein. Und da wird dann kontrolliert, ob das Handy am Steuer war, also in der Hand hattest, ja oder nein. Das hat einen Eingriff in unser aller Persönlichkeitsrechte. Das ist eine Unverschämtheit. Und die Argumentation, die jetzt auch in den Kommentaren kommen wird, ja Oli, wenn du das Handy ja nicht in der Hand hast, wie du sagst, dann brauchst du ja auch keine Angst vor dieser Kamera zu haben. Das sehe ich wirklich gänzlich anders. Denn anlasslos, mich zu überwachen, ist absolute Frechheit. Eine Unverschämtheit. Sondersgleichen. Aber jetzt schreibt mal eure Meinung unten rein.